Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Last Chaos Germany. Ich bin ein bisschen krank, aber das ist egal. Und heute haben wir eine kleine Special-Folge, sag ich mal. Falls ihr euch gerade fragt, warum wir hier schon sitzen, das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich euch ja einmal erzählt, dass wir möglichst viele Chaos-Clubs machen wollen. Und wir werden diese Folge dafür verwenden, dass wir das einfach mal machen. Und wir fangen an mit Baerbank. Wir sind hier in Juno, am Anfang das Gebiet, da unten in der Ecke. Da gibt es den Baerbank. Baerbank-Truppe heißt das Ganze, den ersten Club. Achso, ich bin schon Mitglied. Und hier können wir Gegenstände spenden, und zwar den Leinestoff. Und ich habe schon mal ein bisschen vorgesorgt und habe davon ein bisschen besorgt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern genauso viel, wie wir brauchen. Und das Ganze werde ich jetzt einfach mal kurz abholen hier. Und dann werden wir das Ganze spenden und bekommen so unsere Punkte zusammen. Und, äh, ja, kriegen dann verschiedene Belohnungen. Ähm, je nachdem, wie viele Punkte wir haben. Ich hole das mal kurz ab hier so. Nicht vergessen, Chaos-Club-REAP-Ticket. Doppelte Club-Punkte für eine Stunde. Das ist wichtig für uns. So, und jetzt können wir Gegenstände spenden. Spenden. So. Ähm, jetzt hebe ich die anderen noch ab. Abholen. Das ist jetzt ein bisschen mühselig hier. Ähm, aber nun gut. Da müssen wir natürlich einfach einmal durch. Und, ähm, ja, Baerbank an sich bringt jetzt nicht so viel, der Club. Aber ich wollte ihn einfach mal voll haben. So. Ja. Wie gesagt, das bringt jetzt nicht wirklich viel. Aber, ähm, wir machen es trotzdem. So. Warum kann ich jetzt kein Gegenstand spenden? So. Okay, spenden wir. Und die letzten, ich hoffe, das reicht auch wirklich. Es kann sein, dass ich irgendwie ein paar vergessen habe oder so. Ähm, das kann sehr schnell mal passieren. Hoffen wir natürlich nicht. Ähm, eigentlich müsste es genau hinkommen. Wir werden es allerdings sehen. Und das noch. Und die letzten. Abholen. Gegenstand spenden. Ich glaube, wir müssen insgesamt 25.000 davon spenden. So. Und jetzt gucken wir mal schnell in unsere Übersicht. Und wir sehen, wir haben 10 Millionen von 20. Ähm, das heißt... Ähm... Wir müssen, glaube ich, alles haben, was ich haben wollte. Ich war gerade ein bisschen verunsichert, weil das letzte noch nicht freigeschaltet war. Ähm, aber ich gucke einfach mal, was wir alles kriegen. Gegenstand erhalten. Gegenstand erhalten. Jep. Da haben wir unseren ersten Titel. Der bringt es auch nichts, aber egal. Geschenke erhalten. Da haben wir unseren letzten Titel. Das heißt, dass wir sozusagen das Maximale erreicht haben. Und, ähm, ja, wir gucken einmal kurz, ob wir den Händler frei haben. Der ist hier drüben. Ähm, der uns zwar auch nicht viel bringt, aber trotzdem... Ja. Wie gesagt, wir können ja was kaufen jetzt. Das bringt uns zwar nicht wirklich was. Ich kann ja mal so spaßeshalber fünf Stück davon kaufen. Und... Wollt ihr jetzt? Ah, natürlich abgebrochen. Das bringt uns schon mal nichts. Ähm, wenn ich hier von jetzt mal... Also hier sind nur Dungeon-Tickets drin. Diese... Kennt ihr bestimmt all dieses Dungeon-Ticket 1 oder so. Das bringt alles gar nichts. Ähm... Das hier wahrscheinlich auch nicht... Ja, nee, komm, wir sehen hier schon. Das bringt auf jeden Fall nicht wirklich was. Ähm... Das kann ich jetzt mal behalten, weil ich das vielleicht sogar noch brauche für mein Pferd. Schaden kann es natürlich nicht. So, äh... Aber es gibt echt Sinnvolleres, sag ich mal. Aber wir gehen jetzt mal zum nächsten Part... Äh, zum nächsten Part, sag ich schon. Zum nächsten Club direkt. Und zwar werden wir als nächstes... Ähm... Ich denke mal Eulenzirkel machen. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Aber wahrscheinlich schon. Das ist, glaube ich, so ziemlich der bekannteste. In... Merak ist der. Obwohl wir gehen erst nach Dratan. Da können wir auch noch einen machen. Denn da habe ich auch schon vorgesorgt. Und zwar brauchen wir dafür die C-Level-Feuerkristalle. Auch wieder 25.000, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ähm... Ich bin mir gerade nicht sicher, welche das von den ganzen ist. Maja ist das. Und der ist da oben. Genau, da gehen wir kurz hin. So. Club beitreten. Yep. Anmeldung erfolgreich. Jetzt müssen wir wieder... Ach Gott, diese ganzen Scheiß-Items, die kein Mensch braucht. Ähm... So. Händlerticket. Ähm... Ja. Hier seht ihr schon wieder. Die ganzen Feuerkristalle. Davon brauchen wir 25.000 Stück. Davon habe ich, glaube ich, sogar... 1.000 zu viel. Sprich 26.000. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, davon habe ich zu viel gekauft auszusehen. Aber nur gut. Ähm... Besser zu viel als zu wenig, ne? Wobei man muss bedenken, 1000 Stück kosten ungefähr 200 bis 270 Millionen. Könnt euch ausrechnen, wie viel 25.000 dann kosten. Ähm... Ja, auf jeden Fall fließt da ein bisschen Gold rein. Aber nur gut. So. Ach, ich muss ja wieder mein Dingens abholen. So. Da habe ich noch mal... Paar. Da habe ich noch ein 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 paar. und da habe ich noch ein paar abholen ja gegenstand spenden maximal so jetzt wieder hier abholen abholen mich ein abholen abholen und abholen und gegenstand spenden und ok und ich glaube das war es wieder mal kurz 15 millionen ja wir haben alles was wir wollen geschenke halten ja geschenke halten ja man bekommt jedes mal eine quest 1 im item was man später kaufen kann titel titel 1 und einen zweiten titel und das müsste es eigentlich gewesen sein ja wie gesagt wir können gleich mal gucken was die titel alles bringen und ja wir sehen hier schon hier ist der händler zu dem club händler kaufen und ja wir können ja wieder mal einmal alles kaufen hier seht ihr schon mit einer angriffskraft die verteidigungskraft das erhöht jedes mal um fünf prozent und ja hier sind auch ein paar aufträge die uns jetzt aber nicht wirklich viel bringen und wir kaufen einfach mal jedes mal ein item hier seht ihr schon das bringt jetzt alles gar nichts das auch nicht viel aber immerhin etwas und ja auch zum letzten club den wir im moment machen wollen oder den wir jetzt machen wollen oder machen können sage ich mal und zwar ist das der in merack der eulenbund der bringt richtig was sag ich mal wäre schon ganz gut da kann man obwohl das kann ich heute nachher erzählen was man damit machen kann und zwar erzähle ich nachher jetzt wollen wir uns da erstmal hin teleportieren dann müssen wir dazu magier wie heißt er dann wie heißt er da hier kian 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 da bewegen und dann müssen wir uns da schnell hin teleportieren dann müssen wir wieder 25.000 items abgeben und dann haben wir auch den club voll und ja gar nicht wo müssen wir hin hier zu alikas beitreten erfolgreich und wir müssen uns die items wiederholen abholen und das sind diese blauen dinger die kann man übrigens kaufen beim npc ähm wenn eine merack schlacht ist ähm burg schlacht da kann man lieber diesen schlachthändler kaufen ich weiß nicht ob ihr das wisst was ich meine ich bin mir jetzt ich weiß aber auch nicht wie ich das erklären soll aber auf jeden fall kann man die kaufen ähm ich glaube irgendwie wenn dann wirklich burg schlacht ist dann kann man die irgendwo hier kaufen bei dem kombinierer oder so ähm und ja ich glaube die kosten 30.000 pro stück kann das sein irgendwie sowas auf jeden fall kann man die kaufen und ähm kann man zur not auch bei spielern kaufen hallo aber ich hasse das warum macht er das immer so weg was mache ich denn ich verdrück mich die ganze zeit so jetzt aber und warum ich habe den scheiß gar nicht abgeholt ich bin so bescheuert was habe ich denn gemacht gerade was geht denn hier ab ich habe ich dachte gerade für kurz im moment ich habe das falsche item gekauft und das 25.000 mal habe ich das nicht gerade alles hier fein säuberlich ich hasse das spiel ich hasse es ich krieg das kotzen wo sie das ganze noch mal abholen hier belastend komm so ja und ach ich habe nicht genug frei deswegen geht das natürlich mein fehler so jetzt aber hier kommen spenden ja ab und wieder rausholen und abholen und das 2000 3 4 5 6 7 8 9 mehr kann man nicht abholen spenden maximal spenden und lagerticket und abholen und zack 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 abholen spenden maximal ok so jetzt müssen wir es haben eulenbund 5 millionen von 20 millionen maximal ich glaube das reicht gar nicht ich bin mir gerade gar nicht sicher geschenke halten wieder unsere unsere quest wieder unser item jetzt kommt ein titel und jetzt kommt wieder ein item und ein titel ne gar nicht war ein ring jetzt aber habe ich tatsächlich zu wenig punkte gefarmt das liegt jetzt ein bisschen an mir das kann natürlich gut sein ich wusste doch 15 millionen ich verstehe gerade nicht warum wir nur fünf punkte haben habe ich jetzt tatsächlich zwei also ein item gibt 200 punkte das heißt mit dem ticket sind das 200 punkte das heißt wir haben 15 millionen durch 200 das müssen ungefähr was mache ich denn ich bin so gescheuert 75.000 ja schöne scheiße habe ich mich habe ich zuvor schnell gehandelt dann sage ich mal ich kann mal kurz gucken ob wir die schnell noch bekommen beziehungsweise ob ich genug geld habe habe wie gesagt wir haben 25.000 haben wir gespendet 75.000 müssen wir spenden ihr seht schon meine vorbereitung ist mal wieder on point hier das passiert wenn man immer spontan irgendwelche aufnahmen reingeht und denkt man hat alles gemacht vorher mal nachrichten wäre ganz cool oder sich mal ein bisschen informieren wie viel das überhaupt gibt so war das nicht der kraft habe ich doch richtig geschrieben oder nicht oder so wahrscheinlich habe ich es mit habe ich es falsch geschrieben okay okay das heißt 1000 kosten 45 millionen wenn wir jetzt noch 50.000 brauchen mal 45 millionen haben wir 2,3 milliarden ungefähr ich habe 600 das wird nix leute das heißt das kann ich euch jetzt im moment nicht zeigen dafür kommt das irgendwann anders was ich noch zeigen wollte waren die titel die wir neu bekommen haben wo haben wir es denn die haben alle schon gemacht hier und ja hier genau hier haben wir einmal Baerbank Pharma bringt jetzt nicht so viel ich kann aber zeigen wie das aussieht so sieht das ganze aus wo kann ich es denn gut zeigen Baerbank Pharma Baerbank Landheer sieht so aus bringt auch nicht wirklich viel mehr dann haben wir Büttel zu Maja das ist als anderes Gardist zu Maja bringt auch nicht wirklich was die bringen alle nicht das kann ich jetzt schon sagen und dann haben wir wo haben wir denn den letzten was war das denn was wir noch gemacht haben achja hier junger Kautz der bringt aber auch nicht so viel sag ich mal da so der bringt jetzt ein bisschen Stubbein und Versteinern das ist vielleicht noch ganz sinnvoll im pvp aber naja so ich denke mal das war es jetzt erstmal mit der Folge hier es ist jetzt ein bisschen fail alles gelaufen aber ich hoffe ihr könnt mir da verzeihen ihr müsst mir da verzeihen oder was anderes bleibt mir jetzt gar nicht übrig ich überlege gerade ob ich noch schnell irgendwas machen kann vielleicht skillen ach ja genau ihr seht vielleicht wir haben jetzt mehr fp als vorher obwohl das seht ihr wahrscheinlich nicht weil ich das gar nicht gezeigt habe aber ich kann euch sagen vorher hatten wir 13.000 irgendwas jetzt haben wir 15.000 jedes mal bringt das nämlich fp wenn man ein klub bis mit dem titel hat also wenn man den maximalen titel eines klubs bekommt dann kriegt man auch fp dazu und wir werden jetzt einfach mal hier skillen so und ja mehr können wir gar nicht machen im moment außer das hier ja komm machen wir auch so ähm da brauchen wir eigentlich nicht ne so wie gesagt ich glaube das war es jetzt erstmal von dieser kleinen fail Folge das läuft alles nicht so wie ich es mir vorgestellt habe gerade aber egal sowas kommt in den besten let's place mal vor so eine komische verkackte Folge und ja nächste Folge werden wir denke ich mal leveln ich denke schon ich denke als in der nächsten Folge werden wir leveln gehen ja und ja wie gesagt bis dahin verabschiede ich mich erstmal ich bin jetzt erstmal im Urlaub das ist meine letzte vorproduzierte Folge hier ich glaube die kommt am 18. raus wenn mich nicht alles täuscht und ja wie gesagt vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis dahin macht's gut und Ciao oh eu ja oh Vielen Dank.